Liebe Geschwister und Freunde, herzlich wollen wir euch begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das Missionswerk Zion möchte euch mit dieser CD eine Freude bereiten. Bitte öffnet eure Herzen für Gottes Wort, denn der Herr Jesus möchte euch reichlich segnen. Vielen Dank für eure Liebe, Treue und Gebete für unsere Missionsarbeit. Wir wünschen euch allen sowie auch euren Angehörigen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und Gottes Segen für das neue Jahr. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!